und willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of asperia die definitiv edition wir sind immer noch hier im monster keller vom typ ragu gewonnen ragu und ja ich tue mal ja gerade weg sind wir spielen ja gerade juri nicht im team also weil er noch am liebsten geld ist von allen er braucht die wenigsten erfahrungspunkte also ja oder ist juri und ja ja mal dem typen hinterher deshalb von weg gerannt als wir hier mit eingeschlagen hat gesagt kaputt gehauen haben und ja neue gegner ihr seid ja nicht die wachen also der eine ist auf jeden fall die wache so wir haben einen speicherpunkt mit dem wir uns notwendig hier heilen können also das ist gut weil mal warum hast du weil und warum gibt es zwei von mir ich war gebrochen dadurch so eine waffe da ist keine waffe wenn ich auch irgendwie repeat spiel dann verbraucht er nicht so schnell seine seine dinger hier bei der tp also echt krass nur einmal und der hat also eine dinger schon von ball hat ja ich habe jetzt übrigens auf reisbällchen näher umgestellt ich glaube habe hier brauchen wir ein bisschen mehr als als er ist ja nun ja mal auf reisbällchen ein muss ja weil ich glaube ich mehr kp brauchen und da waren zwei leute glaube ich du gilgar susa level 19 die sind doch schon ein bisschen auf mich darf einfach nicht wahr sein der blog alter müsste alle auf mich los gehen da hat davon los ledig kreisel drehlich und die runde radio ein und das kälte aber auch da bin da vielleicht mit gar nicht die bescheid machen danke ok hat auch schon seine dinge alle von ball hat inhalt eines kampfes er gibt es einfach nicht im glück dass ich hier gerade kochen amoklen sind wochen hat euch der monen knochen und wir haben zwei wege hier ist man muss ja immer so ein weg dazwischen sein ist doch gar nichts was ist denn die villa hier drunter gebiet und teile will er meine ich gladius ich glaube es ist aber noch sachnamen werden oder ja aber es passt fertig objektwerfer und geist geist gibt doch tp ne das hätte ich gerne aber du nur aber ich mal nur so ein zwei kämpfe dann hat sie schon wieder neue sachen gelernt die ist zugesperrt du kannst ja nicht rein da muss ich wohl den einen typen vermöbeln nehme ich jetzt an wer bestimmten schlüssel und sohne dann nehmen daneben werde nicht ein bisschen krass ist das hier alle auf mich losgehen rieter geben ein bisschen mehr auf denke ich ja aber war bis durch wie sie sich alle so drehen ich bin da sogar und dann habe ich mit repeat hier so ein kreisel angefangen nämlich ja fast alles treffen kann noch keiner von euch ist tot ist ja doch fand ich geklappt aber ich habe mich noch ein ok ein bisschen abwechseln und vitalität keine großschwert schlüssel mit totalität haben wir gelernt das ist gut objektwerfer und geistert ging hat aber sehr die magie angriff aber wir kriegen dadurch geist wir müssen dann sowieso ausrüsten wegen fähigkeiten also geist maximale tp um 20 dann ist nicht viel ok und machen wir die tür auf tür auf wenn ich vorstelle ist ja soweit nach hinten geht die villa ist doch nicht so riesig gewesen oder hier vielleicht zurückgehen sollen zum speicherpunkt machen wir mal ist ja nur das gebiet hier und hier sind ja keine gegner nämlich stören also was schnell mal hoch heilen dank ok dann war es doch wert diese heilung war es wert jetzt kommt vielleicht kommt der dreck im boss gegner oder irgendwie sowas ich weiß ja nicht ich habe blind und heißt ich habe das spiel noch nie gespielt die können wir doch okay so so gl im im oder teckel ist kam er noch kathol captain jack der warte spiel Das ist ein Party. Party? Du warst vor dem vor dem Haus. Ja, das ist so. Ich habe nicht vergessen, dass wir uns nicht vergessen haben. Was war hier in diesem Ort? Was hast du hier gemacht? Ich habe einen Schatz gefunden. Schatz? Hier? Das ist doch ein Schatz-Hara-Gro-Gerals. Das ist doch nicht so schön, aber... Was ist der Pati? Sie sind ein Sprecher. Es ist gefährlich, dass ich eine Frau mit einem Schatz zu machen. Genau. Wir gehen mit uns zusammen. ja sehr gut so eine pirate nicht wie dieb dann müssen wir wissen dass juri immer einen schritt voraus denkt dieser psa ist einfach so anwende ich ja noch mich zurückgelehnt haben und so er darf einfach nicht wahr sein ich muss euch wieder zum sprecher zurück gehen wir weiter geht vor der leiten ist okay um dämon knochen um wochen hat euch da ist ja noch jemand und jetzt jetzt nicht angeschlossen weil ich empfehle mich immer weiter vom speicherpunkt ja was mit dir los jetzt mal ein ding sein sagt das leben ist ja nämlich trotzdem ich werde jetzt nicht eine person sterben dass der menschen tank des lebens ja weniger ab man sich schon bekämpft gerne irgendwie leider peitsche wort für sachen bist du in ihr interessiert rita also waffen für dich ne sind die typen oder ja wer sieht ein bisschen anders aus da bin ich mir ein lena peitsche aber warum nicht sie lernen aber noch sachen verdammt verteidigung kritische abwehr erfahrungsanteil erfahrungsanteil ganz schön lange dauern ja na gut aber kann ja nicht schaden also mit uns außerhalb von kämpfen mehr fahrungsmut kriegen also ich tun genau gleich level oder zur hälfte mehr oder gewinne bonus erfahrungsanteil kampf teilzunehmen dass sie die leute außerhalb der kämpfe bekommen auf jeden fall weniger neu ist aber immer noch aber allerdings hat naja da muss ich vielleicht an und ausstellen manchmal damit ich mich dazu gut war dass ich mich erledigen kommt wenn du willst kämpfen okay das hast du realisieren natürlich in mir ab knutschen warum gehen die alle sofort auf mich los hier sind auch drei andere leute jetzt mal ernsthaft danke wir sind die clown ja verlobt rein hauen das ist nicht der den ich erledigen musste vielleicht darauf achten sollen auf der tür steht ich könnte eigentlich immer noch nachgucken ich bin eigentlich in den raum zurückgehen und nachgucken was auf der tür steht was ich haben muss jetzt bin ich schon im kampf da ist es zu spät ich bin auch so da geht voll auf die losen aber die ignorieren nehmen so einfach nicht wenn ich auch schon ja ja das ist aber so kenne schatz wochen dadurch ich bin die hand schwester höheres level dann fangen wir mal juri kleiner deutsch ist ja gut kommen wir mal juri ins team und zu gucken aber bei art oder so gelernt hat ich glaube ich will ja clown schlüssel ist doch bochen ja echt dämlich ja mein schlüssel ist kaputt jetzt sind wir schon mit diesem typ fertig wirst du mein gott war wir denn er hat ja nicht mal irgendwie wichtig oder so dauer um auf vor vor bis h h h ja wie gesagt es sind noch drei andere leute wird ruhig auch mal jemand aller angreifen immer noch mich auch wo wir sagen wir die computer sind nicht irgendwie so eingestellt hat sie auf den spielbaren charakter gehen oder so ich hasse das wenn spiele so was machen wir haben jetzt keine neue art gelernt mit juli den namen kann man auch da war sogar getroffen in tales of berseria die tat wird fortgesetzt es geht weiter Es ist entscheidend, dass ich den Wettbewerb für den Wettbewerb für den Wettbewerb und für den Wettbewerb. Aber es ist egal, ob es nicht gefährlich ist. Das ist der Wettbewerb für den Wettbewerb. Es ist interessant, oder? Es ist interessant, oder? Wie ist es, dass wir mit uns zusammenhören? Was? Ich bin ein Freund, aber ich bin ein Wettbewerb. Ich bin nicht so viel Zeit. Yuh-Li ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. Aber es ist ein Wettbewerb. Wettbewerb? Vielleicht ist Bati, Yuh-Li? Es ist ein Wettbewerb. Ja. Ich werde nicht direkt angegriffen von irgendjemandem. in einem Wettbewerb. Was ist das? Das Blaski ist ein Wettbewerb? was zeigt an Nein. Ja, eine knarre. Ja, wenn du die Säulen mal seitwärts angreifen würdest. Ja, das ist sehr schön. wir haben drei da kann man jemanden diese tosse aufhalten noch leiser Jetzt können wir abhauen los warum ist sie eigentlich so so aggressiv in zum blast ja irgendwie erklären ich habe das verpasst oder einfach nur weil sie eine forscherin ist da ist irgendwie immer so angedeutet ich habe es irgendwie nicht mitbekommen weil sie gedreht irgendwie hier ist mal durch wenn irgendwie soweit passiert naja jetzt oder zu truhe Ach nee. Ester, I can't believe you're a bad person. Well, I'm too late. You're fine. I'll go home alone. You're a good girl. You're too dangerous. I understand. That girl, you probably don't know. Estelle, how are you? I can't believe. I can't believe you're a bad person. Yeah, I think so. Yeah, I think so. Yeah, why don't we go home? Yeah. 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 It's a game. That's it. That's it. That's it. machen wir können nicht zurück okay vielleicht auch lieber speichern ja matthewarte wir werden noch hier gehandelt okay wo war noch mal der letzte hier ich hoffe gott kann man da oben hin wir müssen rago folgen ja gut wie so ein kochrezept und wenn sie auf dem schiff ja gut wie so ein kochern und wie so ein kochern kochern ich weiß nicht, dass wir hier in der Forschung nicht so viele sind wir nicht so viele, aber das ist das das ist das, was wir mit dem Kochern und das ist das aber das ist das, dass wir mit dem Kochern und das ist das, was wir mit dem Kochern da war der regen aufgehört normal musik also bandido hat und er warum sind alle meine angriffe eigentlich langsam meine normalen angriffe wirst du dich aber jetzt weg die kann man so aketten genau kann als kann man nach normalen arzt ketten stimmt sporten gelernt verteidigung kutsche abwehr vielleicht ist er hat er hat nur ein auge schweres weg war ja dann kennen wir doch so dieser irre mit dem pinken haaren oder wir sagen wir uns einfach als beim letzten mal ok wenn das führt ist noch ein gegner kommt 21 da macht uns wahrscheinlich fällig herrschaft lehmung nehme ich an schwäche wasser gerieter weiß was ich tun ist ja diesmal ein bisschen vernünftig hat meine stärkeren einfach hier einsetzen würde ich sagen mit so einer zaubern der hat beide mit einem schlag erledigt wird es mich fahrt er kommt mich los selber was machst du da weg von dem repeat also mal na du machst ein oberle mit raus danke aber aber er hat immer noch so viel wir haben so wenig heildinger nur ein kloß mann was machst du da schon wie bitte so kann repeat sachen werfen ich komme und du mach weiter mit deinem zauber nein nein aber auch miteinander kennen nein da macht mich los nein bleibt gefällig auf mich hier mach mal mal den hier geht an der mein ding ist bitte ich könnte einfach mal ein paar tacken auf den wir brauchen ein einfach nur hier mit dem bus schaffen war wenigstens da habe ich gerade noch auf juri gewechselt es ist apfelgummi wie das irgendwas von dem cloud übrigens sagen wir vielleicht mal hier auf achten irgendwie lässt er sich nicht mehr klauen das war schwer aber nicht gut da war schwer aber nicht ja Das war's für heute. so langsam glaube ich der typ hat ein paar schrauben locker so langsam ich kann mich auch juli kann man kann schon auf sie aufpassen oder so ich habe ich habe ich habe Ich bin jetzt so schön. Das ist der Junge. Wer ist das denn? Jöödel? Was? Was ist das? Ich bin der Junge. Ich bin der船. Ooooooi! Ooooooi! Das ist das. Es ist so gut. Es ist so gut. Jöödel? da wird so gut ist aber jetzt von diesem schiff gerettet wurden dann besser als nichts oder aber nach geht es immer auf einer seite wie es irgendwie wichtig aus so ein karrer ein wenig erschrocken ich bin auch klar ich bin voll mutig und so ein wundervoll sie sagen diese farbe diese tollen retter ich bin feuer und flamme dann bist du irgendwie so musch aus kriegen nochmal 200 feuer und flamme und da ist auch ein koch guckt euch meinen fisch an es ist so was vom koch sie lager jetzt magst du fortuna hier ist das total chaos glauben du willst da bestimmt nicht sehen kann man hier so ein lagerspiel machen so wie in telt auf der abyss kommen da wäre auch geil so mein krieg für das reich zu kommen du bist du in kaiser ich etwa ein hohes tier wie sie ist eigentlich nicht danach auch so sie sagen ich voll aus wie ein lappen ganzes wagen du hast mich gefunden du bist ziemlich gut so blöd ich dir wie man kocht hat hähnchen mit pommes ich gebe dir das zum üben sehr wohl ich hatte heute irgendwie jetzt nicht brathähnchen aber ich habe auch pommes und hähnchen also schnitzel drei sätze zutaten für das rezept halten ich muss los wir sehen uns wo kochen wir sie sind eigentlich aus hier reisbälchen hat noch niemand hier hochgelevelt macht ihr eigentlich auf dem meer ist irgendwas exubiert was das wohl war erschlossen war ich habe endlich mal wohl aufs meer hinaus und dann sehen keiner von ihnen ist wieder zurückgekommen sie heute einen furchtbaren lärm passiert sagen alle wollen nicht umbringen Wir werden definitiv wiedersehen. Das ist ja auch gelandet, der müsste auch eigentlich in der Nähe von uns gewesen sein, der vom Schiff gefallen ist, oder? Ja, wo später in den Hafen von Capurico, was weiß ich, Lotteriegummi, aber ich muss mir mal ein paar Heilgegenstände kaufen. Das ist ja verschlossen, ich kann nirgends wo rein, was soll, wirst du hin zur Brücke, die unsere Gilde mit sich verbindet, da wird sechs Kontinent gibt es ja okay. Das ist ein Weg. Ja, eine Rutsche, da will ich unterrutschen. Meine Freundin ist in der Stadt namens Heliot gezogen. Das ist eigentlich eine ganz neue Stadt, die das Reich gebaut hat. Willkommen, willkommen, was hältst du aber vor mir ein paar Erinnerungen zu verkaufen? Eine Erinnerung von frei, wie zu wenig Watt, es wird überhaupt weiße, gesunder Fang, ja, danke für den Duch. Verkaufbar gefälligst Watt, Alter, weit drüben im Westen, dieses Kontinent liegt eine Höhe unserer Gilden, nennen sich die Dahn gräst, du solltest mal vorbeischauen. Ja, erstmal will ich hier mal was kaufen, oder irgendwie so was, da mag der Fortuna. Zweitwaffen, hey, kriegen wir Zweitwaffen? Jede Führung mit einer Zweitwaffe auswählen, zum Beispiel kann mit Handschuhen und Repeat mit Halsbüller 2. Vorausgerüstet werden, zweit davon sind sehr wertvoll und werden nicht im Geschäft verkauft. Sie werden durch Synthese hergestellt. So und sich Zweitwaffen herzustellen, ihre Fertigkeiten sind, ja, okay, da kann man auch Fertigkeiten lernen. Außerdem das Aussehen der Figur, versuchen wir uns das zu verändern. Wenn sie mit ausgerüsteten Waffen, ja, dann werden die ersetzt, das weiß ich. Dann kann man ja Zweitwaffen herstellen. So, erstmal Ritterschwert habe ich schon. Gladius Großax, das brauche ich, glaube ich, für irgendwas, irgendwas herzustellen. Ja, ne, klar, jetzt hat sie schon ausgerüstet. So, wie viel Geld habe ich überhaupt, sehe ich nicht. Großax, ne, Großax habe ich auch schon. Holzschläge, schläge plus eins. Morgensternstar plus eins. So, schade plus eins haben wir schon. Lederpeitsche. Lederpeitsche. Haben wir noch nicht ausgerüstet. Lederpeitsche plus eins. Oh, da müssen wir sogar aufpassen. Deswegen kann man ja auch beide herstellen, ne. halber schaden watt. Minus 99. Hört mal koga rasch. Ich hatte gar nichts. Aber wir kriegen dadurch halber schaden viertel schaden kleinster schaden watt. Ich glaube, wir haben alles Rundschild. Dreck. Katzen. Okay, das kann ich alles noch nicht. Ich kann keine Rüstung kaufen. Ich glaube nicht. Mond selekte wechseln. Kampf die gesteuerte Figur. Da ist das Ding endlich mal. Halb geahmte Brille. Also was? Da brauche ich alles noch nicht. Ne, der Schuppenpanzer. Da kann ich noch einen herstellen. Ich kann ja fast nichts herstellen. Neue wieder Sachen fahren. Da kann ich erstellen. So, jetzt kommt das bunte ausrüsten wir. So, er hat noch. So, jeder Schuppenpanzer. Er ist noch nichts mehr am Lernen. Halber schaden. Ja, das habe ich schon von der Natur vorhin angefordert. Ich merke gerade. Aber warum? Wenn wir ganze Zeit Menschen denken. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was diese Dinger sind. Diese Fähigkeiten. Schauen wir darum, den Faktor ein halb reduziert. Der Füllung wird auf eins reduziert. Warum sollte ich so was haben? Wird schon irgendwie einen Sinn haben. Irgendwann, ne? Das heißt, repeat wird außerhalb der Truppe ein bisschen mehr sein. Für eine Weile. Morgenstern Star Plus 1. Rolle und Ausdauer und Objektwerfer und Geister. Sie muss neue Lederpeitsche und einige andere Sachen lernen. Dann danach. So, was habe ich jetzt alles hier gekauft? Auf repeat, glaube ich, ne? Da ist das zwei Minuten mehr. Wie kannst du das jetzt eigentlich schon vergessen? Lass mich. So, was fehlt mir noch alles? Schläge, Powerattacke, Schläge plus 1, Basilisken Schuppe. Den haben wir doch, ne? Warte mal. Powerattacke, Stärke plus 2. Powerattacke, verdammt. Muss ich nochmal neu kaufen. Dreck. Da habe ich jetzt ja, da hatte ich noch gar nicht gelernt. Da muss ich aufpassen. Kann ich mir keine Lederpeitsche kaufen? Nö. Dann noch ein bisschen zu essen kaufen. Lachs. Ne, erstens kaufen. Das ist ganz wichtig hier. High Items. Weil die sind wir beinahe ausgegangen. Davon baue ich auch ein paar. Kann ich mir nicht leisten. Und jetzt habe ich kein Geld. Dreck. 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 Dreck.